Willkommen in Südfrankreich, in Jair. Hier verbringen Christine und ich traditionellerweise Weihnachten und Neujahr und die Bucht dahinten, die Bucht von Almanara, eignet sich bestens zum Windsurfen. Das Thema, das wahrscheinlich 2023, das kommende Jahr und vielleicht noch viel länger die meisten Steuerberater am intensivsten beschäftigen wird, ist die Mitarbeitersuche. Dazu habe ich ja bereits einige Beiträge verfasst. Ich möchte jetzt aber die Zeit nutzen, um mal ausführlich darüber zu sprechen, was denn Mitarbeitersuche, immer Mitarbeitersuche zu betreiben, tatsächlich heißt. Immer Mitarbeitersuche zu betreiben heißt, tatsächlich immer Mitarbeiter zu suchen. Und wenn Sie sich einmal kritisch die Frage stellen, wenn das schon die Top-Priorität in der Kanzlei ist, und das ist in den meisten Kanzleien, gute Mitarbeiter zu finden, wie viel Zeit verbringen Sie tagtäglich mit Mitarbeitersuche? Sich diese Frage einmal zu beantworten, wie viel Zeit Sie tatsächlich als Inhaber, Partner, Führungskraft einer Kanzlei mit Mitarbeitersuche verbringen. Einen Teil der Zeit könnte man werten, wenn Sie die bestehenden Mitarbeiter ausgezeichnet führen. Diese Zeit ist gut eingesetzte Zeit, dass Sie den größten Hebel im bestehenden Team ja zur Verfügung haben. Wenn die bestehenden Mitarbeiter sehr positiv von der Kanzlei sprechen, haben Sie schon sehr viel geschafft. Aber neben dieser Führungszeit sich die Frage zu stellen, wie viel Zeit verbringe ich als Inhaber, Partner, Führungskraft tatsächlich jeden Tag damit, Mitarbeiter zu suchen. Da bleibt dann oft gar nicht mehr so viel übrig. In größeren Kanzleien werden dafür Mitarbeiter eingestellt, deren einzige Aufgabe ist, die Mitarbeitersuche zu professionalisieren und sie durchzuführen. In kleineren Kanzleien, mittleren Kanzleien leidet das oft. Aber selbst in größeren Kanzleien empfehle ich den Partnern, Inhabern, Führungskräften, sich auch tagtäglich mit Suche zu beschäftigen. Was ist damit jetzt gemeint? Schauen wir uns mal die Kandidaten in einer gewissen Struktur an. Die erste Struktur ist, sie suchen Auszubildende, sie suchen jemanden, der von der Schule kommt, der von der Uni kommt, der von der Fachhochschule kommen sollte. Also Berufseinsteiger, die eine adäquate Ausbildung haben, also eine Ausbildung zum Einstieg in den Beruf. Echte Mitarbeitersuche bedeutet, dort hinzugehen, wo diese jungen Leute sind. Zu den Schulen, zu den Fachhochschulen, zu den Universitäten. Sei es als kleiner Lehrauftrag, sei es als Aktivität. Sie müssen dort präsent sein, wo diese Menschen sind. Eine andere Zielgruppe sind die Quereinsteiger. Quereinsteiger, das heißt, die andere Berufsausbildung haben und in die Steuerberaterung wechseln wollen. Das wird mehr und mehr eine Zielgruppe sein müssen und sie ist auch eine gute Zielgruppe. Hier bedeutet es suchen, tatsächlich jedem Menschen, den sie treffen, anzusprechen und klar zu sagen, dass sie Mitarbeiter suchen, übrigens egal in welcher Qualifikation. Dass jeder, der ein grundsätzliches Verständnis für Zahlen hat und mit Leuten auch rumgehen kann, ist einmal bin ich gut aufgehoben. Das müssen alle Leute um sich herum wissen. Und Mitarbeitersuche zu betreiben, bedeutet, jeden Kontakt zu nützen. Wirklich jeden Kontakt zu nützen. Sei es mit der Bank, sei es mit dem Rechtsanwalt, sei es mit dem Notar, sei es mit den Klienten, sei es mit Bekannten und Freunden in ihrem Umfeld. Machen Sie sich doch einmal eine Liste mit Leuten, die Sie ansprechen könnten, ganz zielgerichtet auf den Umstand, dass Sie Mitarbeiter suchen. Das wäre die zweite Zielrichtung. Und die dritte Zielrichtung sind die Profis. Also jene Leute, die schon im Beruf stehen, die schon Erfahrung haben. Hier haben natürlich die bestehenden Mitarbeiter die größte Bedeutung, weil sie in dieser Community, in diesem Kreis kommunizieren. Aber auch dort ist die beste Chance, dort hinzugehen, wo diese Mitarbeiter sind. Auf den Ausbildungen, bei den Vorbildungen, bei den Seminaren. Und diese Seminare auch zu benutzen, um Leute anzusprechen. Dass es tatsächlich bekannt wird, dass sie laufend auf Mitarbeitersuche sind. Und damit wirklich Zeit damit zu verbringen, Zeit zu investieren. Eine Besonderheit gibt es noch für die Steuerberatung, neben den vielen Dingen, die ich schon geschrieben und beschrieben habe. Es gibt einen bekannten Satz, der lautet, Mitarbeiter entscheiden sich für Firmen und verlassen Chefs. Also dass sich Menschen für eine Firma entscheiden, weil sie die Führungskräfte noch nicht kennen. Und wenn sie ihren Weg gehen, dann verlassen sie meistens den Chef. Also den unmittelbaren Vorgesetzten. Meistens sagen, dass die Leute nicht binden, wenn sie die Firma verlassen. Sie haben meistens andere Argumente, wieso sie die Firma verlassen. Dieser Satz, Menschen entscheiden sich für Firmen und verlassen Chefs, sehe ich in der Steuerberatung etwas anders. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Satz lauten müsste, Mitarbeiter, Menschen, Kandidaten entscheiden sich für Menschen, für Chefs und sie verlassen Chefs. Diese Menschen, die in die Steuerberatung reingehen oder wechseln wollen, möchten wissen, für wen sie arbeiten, für die Persönlichkeit, für die sie arbeiten. Sie als Inhaber haben eine extrem große Bedeutung. Wenn ich als Bewerber nicht wahrnehmen kann, wie sie als Mensch sind und mir auch kein Bild machen kann, dann wird meine Bewerbung wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender sein. Das ist jetzt eine große Herausforderung, weil es natürlich um ihre Persönlichkeit geht, um ihre Persönlichkeit als Führungskraft. Die prägt aus meiner Sicht am stärksten die Mitarbeitersuche. Sind sie in dem Umfeld der Kanzlei, in der Region, in der Gruppe, sind sie bekannt für ihre Führungsfähigkeiten? Können sie Menschen weiterentwickeln? Bringen sie Menschen weiter in ihren beruflichen Werdegang? Ermöglichen sie Karrieren als Person? Das ist harte Arbeit an sich selbst, aber hat eine enorm große Wirkung. Also zusammengefasst, suchen sie immer, nehmen sie sich tagtäglich Zeit dafür, einerseits sie bestimmten Mitarbeiter sensationell gut zu führen, andererseits sehr strukturiert Aktivitäten zu setzen, für Schüler, Studenten, Fachhochschüler, für Quereinsteigerpotenzielle oder auch für Berufsprofis. Dass dann die Homepage und die Social Media das ganze Bild abrunden sollten, ist offensichtlich. Der Kern ist allerdings immer noch die Person an und für sich. Und das Schöne dabei ist, Sie können ja das bei sich selbst jederzeit ändern. Die besten Grüße, alles Gute für 2023 und viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche. Liebe Grüße aus Südfrankreich.